Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks. Heute bin ich zusammen mit dem Kronenberger und dem anderen Joker und wir fahren mal ein paar Runden zusammen. Im Moment fahren wir 8er und mal schauen wie es wird. Ich scherze ja mal, dass es scheiße wird. Bunch. Ich mag den Panzer hier nicht. Der ist mir zu schwer, der ist mir zu langsam und die Kranen und ist nicht dick genug. Ich habe so... Geil, 18 Schaden. Ich bin begeistert. Okay. Das hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja schon fast deinen Max Damage rausgehauen. Ja. Hat das Ding überhaupt einen begrenzten Schaden? Ja. Ah ja, okay, auch wenn du immer Rack machst. Ja, okay. Fuck. Ich weiß ja nicht, was dem Typ da falsch ist, gell? Weil der steht hier tatsächlich so nicht. Oh, Mitch, zeigt mir dein Hack. Okay, die Flanke wird gerade ziemlich zusammengestaucht Ja, wir hier links würden auch von irgendwas abgeschossen, aber ich seh halt nichts Weil wir da vorne so ein paar schlaue Leute haben, die nicht gebrochen gehen Können nicht Egal, was hat mich jetzt geschossen Au Vor allem war ich auch da gestoutet gerade noch Immerhin weiß ich jetzt wo die stehen Ja genau Da stehen zwei Stufe 8 Der Königstieger und ich glaub das ist der Kerl, ne der Kerlson steht oben Haha Wir haben sie übel erwischt, Ladeschütze tot, wir können das Fahrzeug zerstört Okay, das war jetzt echt scheiße Naja, was willst du denn machen Ist besser Naja Also irgendwie hat gerade unser Team versagt So leicht Wenn man sich das mal hier so anschaut, wie viel von uns übrig ist und wie viel vom Gegner Bisschen verloren Sag nicht, ich hätte es nicht gesagt Passiert in letzter Zeit aber relativ oft bei Achtern Ach, dann fahr mal Zehner, da kriegst du nur noch die Fresse im Moment Ja Ja Immerhin Also ich war letztes in einem Zweiermatch, da ging es kontrollierter und taktischer zu als bei Achtern Brennt mal wieder Hat aber einen Feuerlöscher Na und? Das sind 3000 Ach, jetzt fangen die schon wieder da mit an Hm, stimmt, jetzt flankieren sie Und den kleinen damit Ja, gegen den kann ich sowieso nichts machen Bei dem Magazin Jetzt nicht mehr Kann nichts gegen solche Panzer machen, deswegen hasse ich den auch Ich bin kurz davor, den einfach wieder zu verkaufen Also der ist echt scheiße, weil der Der ist überhaupt nicht besser als ein T28 Prototype Und hat halt keinen Turm Also hat er eigentlich nur Nachteile Ja, das ist halt schlecht, sag ich mal Deshalb spiel ich lieber die mit Turm Ja Bin zwar erst beim Fünfer, aber Ja, bei dem 7er war das auch kein Problem Der hat auch irgendwie noch Spaß gemacht, weil er halt noch schnell und wendig war Aber das ist einfach voll der Kack So, dann wollen wir uns mal die Battle-Auswertung anschauen Also die EP waren ziemlich für den Arsch Hab zwei Leute gespottet und 900 Schaden an einem KV3, äh 5 gemacht So, der ist interessiert, der soll auf Pause drücken Bei allen anderen ging's jetzt hoffentlich schnell genug Ja, dann würde ich sagen, auf ins nächste Battle und bis gleich Ja, wie du hier auch immer hör, 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 hör Ja, jetzt, jetzt hab ich das mit ausgenommen Naja, ähm, Trail-Einstieg, mal wieder Ähm, wir sind jetzt hier mit den 7ern unterwegs Und... So Zwei von den Su 122, 144, und ein KV3 großen for the win ohja 122 for the win komm schon zu 85 bleibt da stehen ich will dich jetzt wohnheiten da war böse das war ja ich weiß ob es musste sein der freut sich jetzt bestimmt arme suchen hey ich hab die auch nicht weiß wie es damit ist auch wenn du stufe 6 gewonnen hätte zu werden passiert auch die gerade gemein okay ich sag nichts über den t29 gegner team das nenne ich nur fail das ist auch nur fehl das war gerade auch fehl oder knapp diese 152 die da irgendwo rumchillt die mag mich nicht auf dem tiger da muss man bisschen aufpassen aber ich kann auf nichts auspassen solange da noch so ein nervbacken teil da ist ich hatte gerade mal ein abpraller an der hellcat die hat 18 vornpanzer ja sie ist wirkungstreffer wird es genauso gut wie ist gar nichts passiert wir werden da hinten gerade zusammen flankiert zu mehr oder weniger findet die summe wir haben uns eine kette abgeschossen wir stecken fest sie haben uns raus okay dann schauen wir mal hier bisschen weiter zu bist du drauf gegangen ja wir werden halt gerade von hier oben flankiert abpraller genau ah ja aber auch die frontpanzerung von dem teil ist schon genial oh ja jetzt bleib stehen und hauen wir nochmal einer rein ja oder fahr weg ja okay das ist doch gut ihr werdet wahrscheinlich gleich gecappt wir cappen jetzt aber auch ne ne ich regel das okay oh schiart das ist aber ziemlich weit ja egal wir cappen noch schneller ich hoffe mal das schaffen wir ja ich denke mal ich kann den cap ja nochmal resetten ja erst mal muss hier jetzt der is was auf der fresse bekommen na stehst du auch im cap ja also ich schau dann visieren und schön schau mal der tiger da naja ah ja ah da hat man wieder nix gemacht naja ist sowieso egal jup schön gewonnen oh ja es geht 1.700 also ich habe 500 ep und 20.000 credits ohne premium ich habe 45.000 plus gemacht nicht schlecht ich habe 5.000 plus gemacht naja was kommt jetzt als nächstes ähm weiß nicht was haltet ihr von einer runde finden wir naja was hast denn du finden wir ich fand ein luchs luchs ist doch ein dreier ja aber scout halt der kommt eh immer zu finden wann aber wenn ich mit meiner super dann kommen wir aber nicht zu finden wann naja ich setze jetzt mal in cut ok 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 ok